Gewässert. Und dann geht's los mit der Riesenexplosion. Achtung! Das Feuer brennt. Und jetzt Feuerwerk! Was eine Feuerwolke! Das Auto brennt ein bisschen, aber das ist völlig normal. Der wird jetzt nochmal abgekühlt. Und dann Euskirchen. Wie hat euch hier Feuerstadt gefallen? Klasse! Wir räumen schnell wieder auf. Wir löschen das menschliche Feuer. So was passiert schon mal. Gehört dazu. Aber dafür sind wir schnell. So, das Auto ist wieder einigermaßen abgekühlt. Der Platz wird reinigt. So, liebes Publikum. Liebe Kinder. Dann. Oke. So, Bis zum nächsten Mal.